Hier bin ich wieder, oder was weisst du noch? Zack, hier bin ich wieder. Pascal Erb. Hallo Zimmer. Digital Content Creation, das Slogan haben wir gerade gesehen, 28. Du hast Architektur-Modellbauer gelernt. Was ist das? Oder angefangen? Ich habe angefangen damit, ja. Was es ist, ist eigentlich für die Architekten die weissen Modelle machen, wenn sie etwas bauen wollen, hat man ja die Gipsmodelle. Und ich habe angefangen, weil ich eigentlich ursprünglich Architekt werden wollte. Aber ich habe gemerkt in dem ersten Jahr, dass das nicht so der Job ist, den ich machen will. Und ich habe dort schon angefangen, dass wenn ich etwas nicht gerne mache, dann ändere ich es. Und habe mich dann als Informatiker bei IBM beworben und habe dann die Lehre gemacht als Systemtechniker. Ja, Informatik ist immer gut, das habe ich auch gemacht. Damals hat es noch keine Lehre gegeben, aber du bist dann zum IT Projektleiter aufgestiegen. Genau. Du hast einen gut zahlten Job, hast den aber irgendwann auch aufgegeben vor zwei, drei Jahren? Das muss jetzt etwa drei Jahre sein, ja genau. Wieso gibt man einen gut zahlten Job auf? Als Schweizer in der Schweiz? Ist das Sicherheit und Status und Image und alles? Genau. Das ist eigentlich genauso das, was von einem erwartet wird. Aber ich konnte es einfach nicht mehr jeden Tag im Büro sitzen und Server reparieren und rauf starten und runterfahren und so. Und dann auch in der Projektleitung halt gehen, die Dinge verkaufen, wo ich gefunden habe, braucht das der Kunde überhaupt? Und vor allem hat mir einfach den kreativen Teil gefehlt. Das ist klar. Informatiker ist nicht sehr kreativ. Dann hast du dich als Digital Content Creator lassen lassen. Das ist echt ein moderner Ausdruck für Foto- und Videografie. Genau, ja. Also ich habe eigentlich während der IT schon immer fotografiert und habe dann ein wenig angefangen, YouTube-Videos zu schauen. Und dann habe ich gedacht, ich will auch Videos machen. Und habe dann mit dem Smartphone angefangen, die ersten Videos zu machen. Es gibt noch ein Video, das du mit dem Nokia, Lumia... 1020, ja genau. Das war mein erstes Video. Ja, ganz schlimm. Ja, natürlich. Aber so fängt man an. Ja, so fängt man an. Ich finde es gut, auch zu zeigen, wie man angefangen hat und das drauf lassen, damit die Leute sehen, auch Pascal mal ein bisschen angefangen hat. Genau, ja. Und das Ziel ist die Selbstständigkeit. Genau. Das wäre mein Ziel, dass ich davon leben kann. Wie lange geht es noch? Es ist schwierig zu sagen und kann ich da jetzt, glaube ich, auch nicht beantworten. Ja, dann sagen wir, was braucht es, um zu sagen, jetzt wagen den Schritt. Ist das irgendein bestimmter Betrag, den du pro Monat einnimmst als freie oder als privater Projekt? Oder ist es ein Betrag, den du gespart hast, wo du sagst, ich habe jetzt so viel gespart, ich kann so lange leben und in dieser Zeit versuche ich mich selbstständig zu machen? Ja, ich will eigentlich mein Gesparte nicht anlängen, sondern wirklich davon leben, was monatlich reinkommt. Neben dem 80%-Shop? Nein. Also, dass ich eigentlich ohne den 80%-Shop könnte. Ja schon, aber irgendwann musst du dann den Schritt machen. Also musst du ja nebenzu ein Geld verdienen und sehen, okay, jetzt ist es so viel, dass ich den Schritt wagen kann. Mhm. Einen Schritt hast du schon gewagt von einer über 100 Quadratmeter Wohnung auf 27 Quadratmeter. Das klingt jetzt, als wäre es eine brutale Einschränkung. Mhm. Ist es eigentlich überhaupt nicht, weil wenn man sich einmal überlegt, wo man sich die meiste Zeit aufhaltet in seiner eigenen Wohnung, dann ist das meistens das Bett. Jawohl. Da verbringt man am meisten Zeit. Klar. Küche brauchen wir. Küche. Wir kochen. Und vielleicht noch... Sofa. Oder einen Schreibtisch. Oder einen Schreibtisch. Je nachdem, ob wir viel im Sitzen oder am Tisch arbeiten. Mhm. Und ein Badezimmer hat man in jeder Wohnung. Ja, natürlich. Also es gibt so Heatmaps, wo man zeigt, wo man sich bewegt in der Wohnung. Und wenn man das mal konsequent anschauen würde, dann wäre es relativ klar, wie viele Quadratmeter man wirklich braucht. Ich habe bei mir eigentlich drei Zimmer und eins Zimmer brauche ich nicht, aber wenn es eigentlich dumm ist und ja. Dann hast du auch noch deine Kleider. Ja, gleich mal schauen. Alles in neutraler Farbe. Klamotten für 14 Tage. Also 14 Paar Socken, 14 Paar Unterhosen, 14 T-Shirts. Genau, ja. Tust du dich auch irgendwie durchnummeriert, dass du das gleichmässig runter brauchst? Nein, überhaupt nicht. Also die Farben sind eigentlich so gewählt, dass ich alles miteinander kombinieren kann. Also es ist dunkelblau, es ist schwarz-grau und noch ein paar weisse Sachen. Also nur T-Shirts, Hosen nicht. Und das kann ich immer gut kombinieren und somit muss ich mir eigentlich am Morgen auch nicht überlegen, was ziehe ich heute an. Das ist klar, das geht mir auch so. Das sind viele Leute, die das irgendwie nicht verstehen. Aber dabei ist das so etwas Einfaches, auch beim Waschen. Du kannst natürlich einfach alles auf einmal waschen. Also mache ich es so. Ich mache jetzt zwei weisse Sachen. Ich mag jetzt nicht mehr weisse Sachen kaufen, weil es ist immer schwierig mit dem Waschen. Ich kann zu wenig weisses zum einen Hut aufgeben. Und wenn wir es zusammen waschen, ist es einfach grau. Aber ja, das ist ein Luxusproblem. Du hast einen YouTube-Kanal mit über 3000 Abonnenten und 100 Videos. Mhm. Ich sehe das genau. Genau, genau. Und interessant ist, dass du zuerst Videos auf Englisch gemacht hast. Was war denn der Grund, dass du jetzt nur noch auf Schweizerdeutsch machst? Weil ich einfach will, authentisch zu sein. Also wenn ich es Englisch gemacht habe, musste ich immer wieder stoppen. Wie hat jetzt das Wort geheissen? Und dann ein Wort zu googeln. Und dann habe ich es nochmal aufgenommen. Und auf Schweizerdeutsch kann ich einfach so reden, wie ich bin. Und es ändert schon nur, auch wenn ich es jetzt Hochdeutsch machen würde. Ja. Ich bin nicht mehr gleich. Und ich will wirklich, dass es authentisch ist. Und es ist für mich halt auch so, ich sage jetzt mal, der Markt, den ich ansprechen will, ist die Schweiz. Und wenn man so eine Firma anfängt oder so, tut man sich ja zuerst einmal auf das konzentriert, was rundherum ist und nicht gerade die ganze Welt. Das ist ja so. Du lieber zuerst klein wachsen, von klein auf wachsen, als schon von Anfang an das Gefühl haben, wie man jetzt im Silicon Valley einen Job finden. Genau. Du hast zwei Formate auf YouTube. The Creative Brain, das Intro-Format mit Fotografen, gibt es zuerst zwei Folgen. Das bleibt aber Schweizerdeutsch. Und der Minimalist, der mit Untertitel ist. Schweizerdeutsch mit Deutsch ein Untertitel. Genau. Ich habe einmal ein Video für das Fotografen untertitelt. Eine Minute. Das hat etwa zehn Minuten gebraucht. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr. Und als du das gesehen hast, dachte ich, das ist ja noch ein Verrückter. Das braucht ja unglaublich viel Zeit. Weil er tut ja zum Teil Sachen selber erkennen. Aber Schweizerdeutsch kannst du das vergessen. Das funktioniert nicht. Das ist immer holländisch. Also du sitzt herunter und du hast das selber untertitelt. Genau. Hast du nicht outgesourcet? Auch schon. Also ich habe es einmal in meinem Lehrling von der SBB gegeben. Ja. Haben gesagt, da gibt dir ein bisschen Geld, du hast es untertitelt. Dann siehst du mal, wie das funktioniert. Genau. Dann hat er das am Wochenende schnell gemacht. Aber sonst mache ich es eigentlich selber. Okay. Meistens laden ich das Video hoch und schon am Samstag und am Sonntag sitze ich bei einem Kaffee hin und mache das schnell. Ja, man muss sagen, YouTube ist schon ein gutes Tool zum untertiteln. Von dem her. Aber es ist immer noch ein Brot oder ein härter Job, um das irgendwie wirklich zu machen. Weil einerseits hat man es ja einfach eingesprochen. Ja. Und dann dasselbe noch einmal anschauen. Ja. Es ist immer schön, wenn ich die Videos schneiden habe, mich relativ anstrengend. Ja. Aber es ist ja gut, zu schauen, ob man noch irgendeinen Schnittfehler drin hat. Wenn man wirklich das Ganze normalerweise durchgeht. Du musst alles noch einmal anschauen. Interessant. Eine Lustige habe ich gefunden. Im 2015 gibt es ein Video Best Year of my life. Mhm. Ist es nicht jedes Jahr so gewesen, die letzten drei Jahre? Oder geht es wieder hinab, das Leben? Überhaupt nicht. Also es ist jedes Jahr eigentlich speziell. Aber das 2015 ist für mich halt einfach so gewesen. Dort habe ich wieder angefangen, das, was ich wirklich gerne mache. Okay. Wegekommen von der IT und einfach rausgehen, fotografieren und filmen. Und wirklich so ein bisschen meiner Passion folgen. Und darum würde ich auch jetzt noch sagen, dass es 2015 einen grossen Wert hat für mich. Und sehr viel verändert hat. Ja. Apropos fändig. Du hast deinen Instagram-Account, der über 20'000 Follower hatte. Mhm. Aufgeben. Mhm. Der heisst jetzt noch Pascal Erb. Und der neue heisst dann Pascal Erb. Also Pascal Erb. Ja. Und der erste Fang, also in Anführungszeichen etwa 800 oder so. Genau, ja. Und was ist der Beweggrund? Der Beweggrund ist, es war halt ein extremer Druck gewesen für mich. Wirklich jeden Tag ein Foto bringen, das qualitativ gut ist. Dann extrem viel Zeit. Mhm. Du musst fast immer online sein, DMs beantworten, Kommentar beantworten. Ganz. Community aufbauen. Und ich habe einfach langsam gemerkt, dass ich Fotos auf den Laden, die ich gar nicht wirklich speziell finde. Aber etwas musst liefern. Genau. Und ich habe mir gesagt, ja, ich werde jetzt alles reduzieren. Ich bin von der Grosswohnung in die Kleine gegangen. Ich habe extrem viele Sachen entsorgt. Und es bringt mir gar keinen Mehrwert, den Kanal. Mhm. Also klar habe ich gewisse Aufträge dank dem bekommen, weil du halt eine Reichweite hast. Aber ich will nicht angestellt werden für einen Auftrag wegen der Reichweite, sondern wegen meinen Fotos und Videos. Mhm. Und darum habe ich gesagt, die Leute, die sich wirklich interessieren für das, was ich mache, kommen rüber auf einen neuen Kanal. Und die alte... Es sind offensichtlich nur 800. Ja. Da sieht man auch mal... Es ist eigentlich noch übel. Es sind 5% wieder wohl. Ja. Ja. Aber wo findest du denn deine Kunden in Zukunft? Ähm... Ich glaube, das ist einfach, wenn man täglich dran bleibt und immer guten Content macht, dann spricht sich das um. Und so kommt man zu den nächsten Aufträgen. Und YouTube ist für mich schon auch mehr ein bisschen das, wo ich Fokus drauf lege. Weil da kann man wirklich seine Fähigkeiten zeigen. Das kann von einem einfachen Video, das du nur innerhalb deiner Wohnung drehen, wenn du dort etwas Schönes herkriegst, dann schaffst du das auch mit einem riesigen Set. Mhm. Das ist klar, ja. Und Instagram ist schon mehr Fotos. Mhm. Video ist nicht so stark vertreten, klar. Ja, wir haben es schon gemerkt, wir reden heute über das Thema Minimalismus. Und versuchen, das auch irgendwie in der Fotografie abzubilden. Wie hat sich der Minimalismus auf deine Foto- und Videografie ausgewirkt? Oder hat dich etwas verändert mit dem Einzug in die kleine Wohnung? Hast du sicher auch viele Fotoequipment wegschmeissen oder verkaufen? Nein. Das ist alles gehalten. Ja, das ist... Oder hast du gar nicht so viel gehabt? Ja... Ja... Ich würde sagen, ich habe jetzt nicht allzu viel. Also, ich... Ich hatte schon eine Zeit, als ich immer mehr gekauft habe. Und... Aber es war, glaube ich, mehr ein bisschen austesten, was brauche ich wirklich. Und jetzt habe ich noch so... die Linsen, die ich immer wieder brauche. Und den Rest habe ich eigentlich verkauft. Und ich habe zwei Bodys. Einen Full Frame und einen Micro Four Third. Micro Four Third GH5 zum Filmen. Und das habe ich Alpha A7 R2. zum Fotografieren. Und dementsprechend auch zwei Sorten Linsen. Weil es ja nicht... Genau. Es ist ein Minimalismusaspekt nicht unbedingt so sinnvoll, zwei Systeme zu haben. Ja. Aber ja, hat es historisch so gegeben. Genau. Und vor allem auch so... Das Minimalismus hat mir geholfen, auch bei den Videos zu machen. Man macht halt alles viel bewusster und strukturierter. Also eher ein bisschen mehr Planen voraus. Genau. Und nicht einfach drauf los fotografieren oder filmen. Ich mache ein Script, ich mache eine Shotlist. Dadurch weiss ich genau, was ich drehen muss. Ich filme nicht einfach drauf los. Und dann weiss ich auch genau, was ich wie schneiden muss. Auch wenn ich irgendetwas erzähle, weiss ich auch genau, was lege ich darüber als B-Roll. Also du weiss eigentlich voraus schon, wie das Video rauskommt. Und du hast einfach nur noch das Filmen, was du wirklich filmen musst. Genau. Filmst du das nur einmal? Ein Take? Oder zum Teil wahrscheinlich schon auch mehrere Takes, wenn es nicht funktioniert? Ja, es gibt schon immer mehrere Takes. Und je nachdem halt auf dem gleichen verschiedene Kameraeinstellungen. Und dann schaue ich schon noch, was funktioniert am besten. Also es ist nicht bis ins Detail geplant mit, ich stelle die Kamera dorthin und filme es so. Aber du hast nachher schon weniger Arbeit durch das, dass du voraus mehr geplant hast. Ja. Und wenn man auch weniger Material besitzt, kann man sich auch mehr auf Bildgestaltung und Inhalt konzentrieren. Extrem, ja. Und wird so abgelenkt von der Technik. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass die Leute mit einem Rucksack voll Zeug kommen, an einen Fotowog oder irgendwo. Und man denkt ja, aber was macht ihr jetzt mit all dem Zeug? Dabei ist es eine Kamera und ein Objektiv. Genau. Um voraus zu wissen, was du fotografieren willst und dementsprechend das Equipment einpacken und fertig. Also in meinem Rucksack habe ich immer Sony mit 50mm, die habe ich jeden Tag dabei. Mit dem kann man eigentlich alles machen. Ja. Also ich kann das Video drehen, wenn ich irgendetwas sehe oder ich kann es schnell auspacken und ein Foto machen. Mit dem würde ich sagen, ich könnte 90% abdecken. Ja. Dreihst du unterwegs auch Videos, wo du denkst, das kann ich irgendwann mal als B-Roll oder so brauchen. Ja, ja. Das ist viel mit dem Zug unterwegs. Und je nachdem wie schön das Wetter ist, ist es natürlich, ja. Und dann sammelst du einfach so B-Roll-Schnipsel, die du irgendwie wieder einsetzen kannst. Ja. Und dann hast du mit dem Casey, wo er mich irgendwie aus seinem ganzen Fundus irgendetwas findet. Vor zehn Jahren oder fünf Jahren. Gibt es doch irgendein System, wenn man das macht? Es ist extrem schwierig. Es gibt eines. Also ich habe schon eines. Aber es ist halt, man kommt damit gar nicht dazu, das jedes Mal richtig zuordnen. Mhm. Ich habe einen B-Roll-Ordner, den ich unterteilt habe in verschiedene Sachen, z.B. Landschaft, Tiere etc. Ja. Und das Züge dort rein tun, ungradet. Ja. Ähm. Und sonst ist für mich eigentlich so die YouTube-Videos, die ich mache, weiss ich anhand von YouTube. Ich glaube, dann habe ich das Video gemacht. Und so ist auch die Ordnerstruktur anhand von den Videos, die ich mache. Also ich weiss eigentlich so genau, wo muss ich schauen. Ich habe auch viele Videos bei mir noch Anliste getroffen, die ich einfach für mich gemacht habe. Und so kann ich eigentlich schauen, an welchem Tag habe ich das hochgeladen, wie hat das geheiss. Und so heisst auch der Ordner. Und dort drin finde ich es wieder. Und du verwandest gewisse Sequenzen noch mehrfach. Mhm. Das bleibt den Leuten eigentlich selten im Kopf, ausser es etwas Spezifisches ist. Du hast ein paar Bilder geschickt. Mhm. Minimalistisch, farblich sehr passend, alles grün und grau. Genau. Das ist eigentlich entstanden, ähm, es ist mir langweilig gewesen. Durch das schöne Wetter gewesen. Ich habe gedacht, ich habe wieder mal Lust zum Fotografieren. Kamera genommen, rausgegangen, ein bisschen durch die Stadt durchgelaufen. Und dann habe ich das gesehen. In Aarau. Genau. Es ist eigentlich gerade um eine Ecke, wo ich wohne. Ja. Ich glaube schon, ich habe kürzlich ein Zitat gelesen oder einer, der in einem Blog geschrieben hat, für uns, wer im eigenen Garten nichts sieht, wird jetzt in Australien nichts sehen. Mhm. Also, wenn du in einer eigenen Stadt nichts siehst. Ja. Klar, der Vorteil ist, wenn du in einer neuen Stadt bist, es ist alles neu für dich und du siehst es wieder mit neuen Augen. Und dann nur dort, weil ich wohne jetzt schon seit 47 Jahren in der Region Zug. Und das Zug ist eigentlich immer alles gleich, mehr oder weniger. Und ich bin schon ein bisschen betriebsblind geworden. Mhm. Wie lange bist du da in Aarau? Ähm, zwei Jahre. Okay, dann ist es wahrscheinlich noch nicht so schlimm. Aber ich glaube schon, das wird irgendwann schon ein Problem. Ja. Das ist nicht mehr in Aarau offensichtlich. Nein, das ist Salvador in Brasilien. Du bist relativ weit gereist, habe ich gesehen. Mhm. Reisest du seitdem, dass du nicht mehr so auf grossem Busse lebst, sage ich jetzt wohl. Immer noch so viel? Oder ist dein Radius, bei mir ist es eher viel kleiner geworden. Mhm. Bist du bei dir auch kleiner geworden, dass du weniger reisest? Oder weniger weit reisest? Ja, vielleicht eher weniger weit, ja. Ähm, es ist schon nur, also ich habe schon letztes Jahr, oder von letztem Jahr angefangen, viel einfach in den Schweizer Bergen zu gehen. Mhm. Weil wir haben diese schöne Umgebung eigentlich gerade vor der Haustür. Ja. Man muss gar nicht immer so weit reisen. Ähm, aber trotzdem, gehe ich schon einmal im Jahr gerne ein wenig weiter. Also ich setze mir immer so das Ziel, dass ich einmal im Jahr drei Wochen einfach noch in eine Hehe gehen, wo ich ganz abschalten kann. Ähm, ohne irgendeinen Auftrag noch in eine Hehe gehen. Und ja, wieder mal ein wenig für mich selber kreativ sein. Jawohl. Und das ist in? Brasilien, Salvador. Mhm. Also für mich ist es immer so wichtig gewesen, dass Menschen darauf sind. Menschen interessieren dich offensichtlich, also so sagen, weniger. Ich habe gerne ein kleines Bild. Jawohl. Und ähm. Und mehr so den Look, wo… Genau. Ich probiere eigentlich die Menschen oft, ein bisschen zu verstecken. Ja. Ich habe lieber so ein bisschen die Leere im Bild. Das ist legitil. Mhm. Also ich finde es passt auch sehr gut zum vorhergehenden Bild wegen der Farbe. Mhm. Das ist wie der Arau, nehme ich an. Nein, das war in Prag. Ah, okay. Und da eigentlich wieder mit der Spiegelung habe ich probiert, die Leute ein bisschen zu verdecken. Also die Strasse war voll mit Autos. Ich hätte sogar noch ein bisschen weiter runter können. Ist es ein Autodach oder ein Brunnen? Es ist ein Autodach. Genau. Das ist so ein kleiner Tipp. Das Dach von einem dunklen Auto nehmen, da hat man immer eine Spiegelung. Jawohl. Also vor allem vertikal, nein, horizontale Spiegelung. Weil so Schaufenster vertikal kennt man ja. Wasser unter Umständen auch. Aber es ist ja nicht immer, es regnet nicht immer und es ist ja nicht immer die Brunnen. Von dem her ein Autodach gar nicht schlecht. Was gibst du einem Anfänger für Tipps oder für einen Tipp, sagen wir einen minimalistischen Tipp zum Video zu filmen? Video ist ja etwas, was kommt, oder was schon da ist. Mhm. Und ich denke, die, die nicht arbeiten, auf Video umzusteigen, die Fotografen, die werden in fünf Jahren keinen Job mehr haben, sage ich jetzt einmal. Das glaube ich auch, ja. Wenn jetzt jemand noch anfangen möchte und es noch versuchen möchte, was ist der Anfänger, der Tipp für einen Anfänger? Man hat ja eigentlich schon eine gute Kamera im Hosen-Sack. Im Handy? Genau. Ich bin auch schon dort, ich bin auch mit dem Handy. Ja, und einfach mal mit dem anfangen und ganz einfach ist eigentlich mal das Ziel nehmen, ein 60-Kunden-Video zu machen. Und dort drinnen probiere auch kleine Storys zu erzählen. Das kann etwas ganz einfach sein. Zum Beispiel schon nur seine Taschen packen, um zu arbeiten. Dann probiert man mal die Szenen so aus verschiedenen Winkeln zu filmen. Mal ein bisschen näher, ein bisschen weiter weg. Und eigentlich so probieren, eine Story zu erzählen, wie man den Rucksack aufmacht, dass alles rein tut. Und dann kann man vielleicht mal die Kamera noch in den Rucksack reinlegen, zu machen. Und dann sieht man noch, wie man rausläuft und in 60 Sekunden eine Story erzählen. Und ich glaube, das ist heute auch extrem wichtig, dass man innerhalb von 30 oder 60 Sekunden eine gute Story erzählen kann. Mit vor allem Instagram und so, die extrem schnelllebig ist, man macht ein Video für 24 Stunden. Es muss heute nicht mehr extrem die Riesenproduktion sein, weil nach 24 Stunden ist das Video weg. Also man muss lernen, schnell und gut produzieren können mit einer guten Story. Wie viele verschiedene Kameraeinstellungen hat es in den 60 Sekunden? Oder wie viel ist ein Schnitt? Wie viele Sekunden? Ähm, immer die Länge vom Video durch 4. Wenn man will 60 Sekunden, rechnet man es durch 4. Ja, 15 Sekunden. Genau, dann weiss man, wie viele Aufnahmen man etwa braucht. Also man macht nur 4 Aufnahmen? Ist das nicht schon fast zu lange, 15 Sekunden lang? Nein, nein. Ähm. Wenn ich es falsch verstehen. Um 4 Sekunden pro Aufnahmen? Genau, um 15 Aufnahmen. Eben 4 Sekunden pro Ding. Also eben 15 verschiedene Blickwinkel, jeweils 4 Sekunden lang. Unter Umständen gibt es noch etwas kürzer. Genau. Ja, macht das einmal. Und postet euch ein Video unter dieses Video. Würde mich interessieren. Könnt auch den Rucksack packen, wenn ihr die Ferien habt. Könnt auch die Morgenroutine, so von Aufstehen. Das ist so ein Klassiker. Kaffeemaschine, alle verschiedene Dinge, bis man zur Tür rausgeht. Vielleicht noch den Arbeitsweg, wenn ihr an der PC schaltet. Es gibt viele Möglichkeiten. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, es ist eine sehr gute Übung, um zu anfangen. Mhm. Wir bleiben bei den Spiegelungen. Mhm. Man muss zweimal hinschauen. Es ist eine Spiegelung und das Bild ist gestreit. Genau. Man sieht nicht ganz, wahrscheinlich ist es eine Pfütze. Es ist ein riesiger Brunnen in Paris. Ja. Ähm. Es ist alles extrem grau gewesen an diesem Tag. Und ich bin durch die Stadt durchgelaufen. Und dann habe ich einfach gefunden. Ich habe es nicht mehr gesehen. Nur die Kreativität. Ja. Und dann bin ich an der Brunnen hingelaufen. Und habe diese riesige Spiegelung gesehen. Und ich glaube, es ist das einzige Foto, das ich dort von Paris nach Hause genommen habe. Und zu Hause habe ich es auf mein Smartphone geladen. Und das Telefon ist verkehrt gewesen. Und dann habe ich es auch gesehen gehabt. Also es ist eigentlich durch Zufall an ihn gedacht, wenn man es umdreht, ist es noch mal genialer. Ja, also das Hirn, ich muss es auch immer studieren. Passiert dir das auch jemandem, dass du nichts siehst, wenn du irgendwo bist? Ja. Extrem. Und das hängt nicht mehr auf dem Ort ab, oder? Ich war jetzt zu nahe und habe nichts gesehen. Da denken alle, aber das gibt es ja gar nicht. Ja. Aber dann tue ich die Kamera auch einfach weg. Also wenn man immer die Kamera in den Händen hat, dann denkt man immer, ich brauche noch irgendjemand etwas und sie vielleicht einfach mal weg tun und durchlaufen und gar nicht mehr daran denken und vielleicht dann mal Kaffee trinken und plötzlich kommt es dann wieder. Also vielleicht sich selber mal ein bisschen Pause geben, weil wenn man immer versucht, den perfekten Shot zu finden, das geht nicht. Das ist, wenn man die Liebe sucht. Das geht auch nicht. Wie finde ich die Liebe? Es passiert einfach. Ja, man kann nicht unter Druck kreativ sein und es funktioniert eigentlich nur, wenn man immer frei ist und nicht. Aber wenn du einen Auftrag hast, musst du ja auch unter Druck performen. Mhm. Und in einem kreativen Job ist es nicht so einfach. Wie gehst du mit dem um? Ja, ich glaube mit der Zeit weisst, was funktioniert. Und dann machst du zuerst mal die Safe Shots. Stimmt, stimmt. Und du weisst, was du immer brauchst und danach kannst du kreativ sein. Dann weisst du schon, ich habe gewisse Sicherheit, dass eine Shot macht. Genau. Und zum Teil sind gewisse Safe Shots schon genug für dich. Watterhorn? Genau. Du warst ja nicht mit dem Seiya gewesen, oder? Nein. Er ist oben drauf, steht dort und ich bin mit dem Helikopter oben durch. Also nein, er ist nicht wirklich drauf. Aber... Mit dem Helikopter? Ja. Mit dem Helikopter rundherum geflogen für einen 360 Grad Dreh für die SBB. Und kurz noch die Kamera gezückt. Und das Foto ist entstanden. Also kommt man schon in der Schweiz um, wenn wir für die SBB arbeiten. Das ist ja so, ja. Sie haben halt recht viel Freizeitangebote. Wo sie auch Content dafür brauchen. Ja, was Content brauchen, ja. Mit der SBB hat man immer im Kopf Bahnfahren, dabei wahrscheinlich rundherum noch fast mehr. Ja. Wo sie versuchen, sich zu positionieren. Genau. Mit der Region? Mhm. Also wenn man schon mal da war, ist ja... Es ist nicht auf dem Weg zum grossen Weiten, echt irgendwo. Ähm, zum Kleinen. Jawohl. Dann bin ich ja gar nicht oben gewesen. Geht das gut? Das geht so. Ich finde es immer geheißen, man kann irgendwie nicht hoch auf der Kleine. Kann man schon. Es sollte einfach kein Restaurant hier oben. Man muss schon etwas mitnehmen. Es hat weniger Leute dann doch da. Ja. Weil auf dem Grossen ist es furchtbar. Ja. Wenn du irgendwie an einem Samstag nachmittag gehst, kannst du vergessen. Den Weg ist relativ schmarr. Kannst du kaum kreuzen. Ja. Also auf der Kleinen ohne Seile nichts. Einfach Bergschuhe und okay. Ja. Kannst du auf. Also musst du schon trittsicher sein. Würde es jetzt nicht gerade jedem empfehlen. Trittsicher und schwindelfrei. Ja. Und hat auch nichts zu halten. Wahrscheinlich so im Grossen. Nein. Aber ja. Entweder traust du es zu oder nicht. Das ist schon so. Ja. Speziell da ist einfach. Ich war am Arbeiten. Jemand hat geschrieben gehabt. Hey, heute Abend. Auf der Mitte. Und ich tipptopp. Nachher schnell das Zeug packen. Cool. Und dann für einen Sonnenuntergang fast hochgerannt. Und dort habe ich den schönsten Sonnenuntergang in meinem Leben gehabt. Also etwas habe ich noch nie gesehen gehabt. Das ist auch cool mit den Wolken und das goldene Licht. Mhm. Es gibt auch ein Video von dem auf YouTube. Mhm. Und dort hast du den Spruch gehabt. Es gibt genug Möglichkeiten zum Geld zu verdienen. Aber wenig Möglichkeiten zum Erlebnis zu erleben. Ja. Und auch. Ja. Man kann auch viel Geld für allerlei Sachen ausgeben. Die einem nichts bringen. Ja. Und so etwas kann man sich nicht kaufen. Und das erinnerst du auch wieder, wenn das Bild siehst. Ja. Das kann man nicht kaufen. Und vor allem kann man nicht auf Kommando sagen, heute will ich so etwas erleben. Mhm. Weil irgendetwas kaufen kannst du immer. Aber ich glaube, so etwas macht dich Nachhaltiger glücklich. Was war denn das Fünfte? Das Sechste? Das Fünfte. Das Fünfte. Mit Leuten, mit denen du Spass hast, mit denen du es gut hast, kannst du so etwas erleben. Das ist natürlich viel cooler. Und es kostet wahrscheinlich fast nichts. Nein. Auf dem Lauf ist gratis. Auf dem Lauf ist gratis. Noch irgendein Servilan und fertig. Genau. Du hast mir etwa 20 Bilder geschickt und mir ist plötzlich aufgefallen, es sind 85% im Hochformat. Normalerweise ist es umgekehrt. Ist das der Instagram-Effekt. Total. Schon geil. Das ist etwas, das wenn du über 40 bist, gar nicht machst. Und all die, die darunter sind. Mhm. Ich habe die Kamera fast nur noch Hochformat. Ja. Das ist echt krass, wie sich das verändert. Ja. Es ist extrem heikel, wenn ich irgendeine Wände fotografieren muss und dann plötzlich merke nach zwei Stunden, und ich habe noch kein einziges Querformat-Foto. Ja. Ich glaube schon. Da gewöhnt man sich sehr daran. Extrem, ja. Und wenn es nachher, abheben, wenn du ausserhalb von Instagram bist, nützt das fast nichts. Klar, kannst du es vielleicht noch quadratisch machen, dann geht es für beides. Mhm. Ich weiss, ich will mir das Fati drücken. Ja. Zum Aufhängen. Und sonst ist alles Hochformat. Weil auch auf dem Telefon schaust du das Hochformat an. Und sogar eigentlich auch für den Druck, kannst du dir auch einfach ein Poster daraus machen. Natürlich, ja. Also, der Mann sieht auch ein Hochformat nicht schlecht aus. Es ist einfach, wenn du es auf dem Fernseher oder auf dem PC anluckst, ist das ein Problem. Mhm. Aber in Zukunft, also ja, in Zukunft gehört das schon am Handy, das ist schon im Hochformat. Das ist schon extrem. Mhm. Aber die Videofilme sind nicht mehr Hochformat, oder? Ja. Du tust auch Menschen fotografieren. Genau. Das Bild ist übrigens noch auf deinem alten Instagram-Account, habe ich gesehen. Mhm. Richtig, ja. Im Vordergrund, das unscharfe, sind das wirklich noch Blätter? Das sind noch Blätter, ja. Oder ist das ein Effekt, das sieht ein bisschen extrem unscharf und relativ klein aus? Mhm. Mal, dass ich die Blätter runtergerührt habe. Also die Idee war eigentlich, das typische Foto zu machen, dass jemand Blätter in die Kamera wirft. Ja, habe ich gedacht, das macht jeder. Mhm. Klar. Und dann haben wir so viele Blätter gesucht, mal das Model reingelegt. Und dann ist es einfach zu flach gewesen, und ich das Blätter runtergekehrte. Ja, irgendetwas im Vordergrund musst du schon noch haben. Genau. Und dann habe ich die Kamera gehabt, noch einen Handflug genommen. Und das haben wir sicher etwa 50 Mal gemacht, bis es funktioniert hat. Ja, vor allem im Leib ist es wahrscheinlich noch schwieriger, als wenn irgendwie einer rührt und der andere fotografiert. Mhm. Das ist auch ein typisches Schweizer Landschaftsporträt. Genau. Ich habe einfach gerne, wenn es nicht so gespielt aussieht, die Person muss nicht in die Kamera schauen, sondern dass man ihre Emotionen aufnimmt. Und jetzt sind wir mit Geissen laufen. Und... Okay, wie geht man mit Geissen laufen? Ähm, in Bergün kann man Geissen mieten, um eine Wanderung zu machen. Okay, gut. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, jetzt spielst du einfach mal mit den Geissen, läufst ein bisschen übers Feld rein, und so ist das Foto entstanden. Ja, das wirkt sehr authentisch. Ausser der Hut ist ein bisschen... Ich weiß nicht, er passt nicht in die Schweiz. Mhm. Sie ist von Australien. Okay, gut. Dann stimmt's wieder. Das erste Querformatbild? Mhm. Das ist entstanden an einem Workshop. Ich habe den Workshop eigentlich gefilmt. Mhm. Und bin eigentlich nicht dort gewesen zum Fotos. Gibt es auch ein Video vom Workshop? Genau. Genau. Und... Ich habe gesehen, die Leute sind einfach immer vor dem Model gestanden, haben ein Foto gemacht und... Für die normalen Posen und Zielen? Und ich habe halt den Ventilator gesehen. Ah. Jawohl. Und habe mich hinterher einen Ventilator getan und das Model hat es gecheckt. Und hat mir schnell die 5 Sekunden geschenkt. Und hat eine schöne Kamera reingeschaut. Ja, aber du siehst wieder mal, wie viel Erfahrung in der Fotografie bringt, in so einem Moment, wo alle irgendwie das Normale fotografieren und du siehst das und denkst, wie sieht es von unten aus und meistens sieht es von unten oder von hinten oder von hinten besser aus. Mhm. Cool. Wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Ich nehme alles viel bewusster wahr. Also, ich merke extrem, wenn ich irgendwie durch die Strasse durchlaufe. Ich schaue es irgendwie immer mit einem Kameraaugen an. Mhm. Also, ich überlege mir auch immer, wie würde ich das jetzt filmen und so. Und es ist wirklich alles viel bewusster. Ich habe so einen Moment erlebt, wo Steve Booker, das ist ein YouTuber von England, ist in die Schweiz gekommen. Und mein Auftrag war, ihm meine Schweiz zu zeigen. Und wir haben in Basel gestartet. Und ich war so oft schon in Basel gewesen. Und das, was du vorher auch gesagt hast, man sieht einfach nichts mehr. Ja. Und dort musste ich plötzlich so wie als Tourist fühlen. Und dann habe ich plötzlich so viele Sachen gesehen, weil ich habe nicht mehr einfach das Tram von A nach B genommen. Ja. Und ich bin durch die Stadt durchgelaufen. Ich habe so viele kleine Shops gesehen, die ich ja nie gesehen habe. Kaffees gesehen. Und du hast ihm alles gezeigt. Genau. Und durch das wieder neue Sachen entdeckt. Das ist mir auch schon passiert, als ich den Leuten Zug zeige, wenn irgendwann mal ein Fotograf gekommen ist. Ich habe dann viel mehr Sachen gesehen, als sonst. Mhm. Obwohl es eigentlich noch interessant ist, dass man seine eigene Stadt durch das neue erleben kann. Mhm. Und ich gehe natürlich auch viel mehr raus, was ich früher nicht gemacht habe. Also... Also Informatiker. Ja. Genau. Und wie hat dich der Minimalismus verändert? Wie bist du überhaupt zum Minimalismus gekommen? Zum Minimalismus bin ich gekommen, weil ich halt immer mehr angeschafft und habe einfach gemerkt, es macht mich nicht glücklich. Und... Und... Dann... Als ich so angefangen zu aufräumen, habe ich gemerkt, wie gut das es tut. Und... Je weniger Verpflichtungen das man hat, umso freier ist man. Und das ist eigentlich schon ein bisschen so... auch der Hauptgrund, möglichst wenig Verpflichtungen zu haben, möglichst wenig Ausgaben zu haben. Und ich muss nicht noch das und nicht das und das noch. Aber in der kleinen Wohnung, ja... in 10 Minuten, habe ich geputzt. Es geht so schnell. Und dann habe ich wieder Zeit für anders. Und... Es ist also ein stetiges Optimieren. Ich glaube, es ist etwas, das ist nie fertig. Das habe ich auch schon gedacht. Irgendwann gibt es nicht, dass es fertig ist. Es ist wie eine Fotografie, das perfekte Bild, wie man nie arbeitet. Du kommst einfach immer näher. Mhm. Und wenn du etwas findest, um zu verbessern oder zu optimieren, oder... Ich denke, Minimalismus ist auch ein bisschen so... Gleich. Auch wieder eine Routine zu arbeiten. Aber eine, die einen weiterbringt. Sei es eine Morgenroutine, wo ich wirklich immer am... halb bis sechs Uhr am Morgen aufstand. Und zuerst, was ich mache, ist ein Glas Wasser zu trinken. Dann gehe ich gleich 10 Uhr putzen und dann mache ich 15 Minuten Sport. Dann nehme ich ein Buch für und lese dort ein paar Seiten drinnen. Ähm... Wo halt nachher deinen Kopf auch am Morgen schon weiss, ohne zu denken, ich mache jetzt automatisch das. Und habe dann die ersten Tasks vom Tag schon erledigt und der ganze Tag ist nachher viel einfacher. Man ist eigentlich am Morgen schon zufrieden, weil man schon viel erledigt hat. Das ist für mich auch ein Teil Minimalismus. Ich glaube, Sachen erledigen, oder... das macht es auch glücklich, wenn du weisst, wenn du immer noch die Wohnung anschaust und siehst auch das und das und das und das und gewöhnst dir auch gewisse Sachen, wo man liegt. Also wenn irgendetwas am Tag einmal leidet und am nächsten Tag hat sich schon irgendwie eingeprägt, dass das jetzt einfach zum Bild gehört. Mhm. Und je mehr das du kannst erledigen und je weniger das das offen ist auf den A-Listen. Mhm. Es hat auch ein Video ein gutes Konzept, dass du eine A-B- und eine C-Liste hast. Und die A-Liste ist die, die du eigentlich machst an jedem Tag. Genau, dort sind einfach drei Tasks drin, die ich einfach will erledigen, egal was kommt. Das mache ich eigentlich zuerst. Und die sind nicht so lange, dass du den ganzen Tag gefüllt, logischerweise, sondern einfach so Sachen, die du machen musst, aber wenn die drei machst, dann fühlst du wahrscheinlich auch schon sehr gut. Das ist ja sehr gut. Wenn die schon am Morgen machen kannst? Und wenn du dann schon von der B-Liste etwas wieder hochnehmen, die A-Liste, dann hast du schon wieder etwas mehr gemacht. Und das funktioniert tiptop. Also bist du höchst effizient in deinem Leben? Ja. Und du schiebst nichts auf? Das gibt es schon ab und zu mal. Also, der perfekte ist niemand. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, wenn man die richtigen Tools anwendet und die richtige Einstellung hat und eben solche Sachen kann auch erledigen und abhaken, dann kommt man auf einen schneller Vormärz. Ja. Ich glaube, ich habe noch viel von der Informatik mitgenommen, sodass ich alles tracken will. Darum die To-Do-Liste, die ich abhaken kann. Ich habe eine Uhr, die meine Schritte aufnimmt. Ich habe eine Woge zu Hause, die alles misst. Ja, halt ja. Aber das ist schon das Informatiker-Ding. Genau. Also Struktur und logisches Denken und alles versuchen irgendwie logisch zu erklären. Genau. Und anhand davon kann man optimieren. Also wenn man gar nicht weiss, wie es ist, wie soll denn das Soll sein? Wieso sieht denn das Soll aus? Das ist noch undefiniert. Das ist stetig. Das ändert auch immer wahrscheinlich. Sicher. Also ich habe schon so Milestones, die ich immer erreichen wollte. Aber zum Beispiel, ja, jetzt haben wir vorgenommen, Klavier zu lernen. Das ist auch wieder etwas Neues. Ich habe noch nie ein Klavier gespielt. Also ich kann nicht mal Noten lesen. So konnte man Klavier lernen? Ich glaube, es kommt jetzt ein bisschen von der Filmmusik her und so. Und ich lasse es extrem gerne. Ich lasse recht oft eine klassische Musik zu Hause. Und ja, wenn ich es so gerne lasse, wieso nicht auch probieren, das zu spielen. Natürlich, wenn man Zeit hat. Ja. Ja. Zeit kann man sich immer nehmen. Und ich glaube, es ist ja auch wieder dort, wenn man sich täglich einfach 30 Minuten einplant und dann einfach 30 Minuten hinsetzt. Dann kann man das. 30 Minuten einplant und ein Quadratmeter Raum dafür gesteckt. Sehr gut. Vielen Dank. Spass gemacht. Danke auch. Und viel Erfolg auf dem Weg zu deiner Selbstständigkeit. Merci. Und wir sehen uns. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Startert 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 Pastor oder очер cognitive Choose Beugs